Neues rund um Chili's Fan Token und der neue Brand Ambassador von Socios.com Hey und willkommen bei der Krypto-Eule. Chili's steigt, der Token CHZ steigt nach oben und das hat natürlich diese Nachricht zufolge, diese großartige Nachricht rund um das Thema Fan Token und zwar hat Socios.com nun einen Brand Ambassador. Während ich rede, lasse ich mal das Video nebenbei laufen und dann sehen wir hier diesen Brand Ambassador, die sieben, die hat ein bisschen verwirrt, aber jeder, der natürlich lesen kann, der ist klar im Vorteil, keine Frage und hier ist der neue Brand Ambassador, Global Ambassador, so heißt es sogar und das ist Lionel Messi, das sehen wir hier und ja, Global Brand Ambassador, so eine Mischung aus beiden. Auf jeden Fall sehen wir ganz klar, dass das eingeschlagen hat wie eine Bombe, diese Nachricht und wir sehen auch, das ist schon mittlerweile fast ein bisschen mehr wie zwei Stunden her, dass das auch im Kurs spürbar war. Das ist nämlich die Kerze, als diese Nachricht bekannt gegeben wurde. Wir sind hier im 15-Minuten-Chart, deswegen sieht das auch ein bisschen komisch aus, den habe ich selten auf. Wenn wir dann wieder auf eine Stunde gehen, sehen wir ganz klar, dass das nach oben geschossen ist, nicht schlecht und ja, der hat einen Deal unterschrieben, der 20 Millionen Dollar beinhaltet und für ein Jahr gilt, dass er nun Brand Ambassador für Sozius ist und das ganze Thema Fantoken rund um die Chili's Blockchain antreiben wird. Gleichzeitig ist natürlich klar, haben sie ihn direkt auf der Homepage eingebaut, hätte sich mal rasieren können, aber ich glaube bei ihm ist das egal und wir sehen ja ganz klar, dass hier mittlerweile, hier laufen ja auch die Token durch und auch da oben, dass es mittlerweile wahnsinnig viele Fantoken gibt und das ist echt krass. Wir hatten mal, ist schon was länger her, in einer großen Telegram-Gruppe, wo es zum Allgemeiner-Chat ist und da kam das Thema auf, was ist so der nächste Trend? Neben NFTs und Play-to-Earn und was könnte der nächste Trend sein? Und viele, und auch ich, haben gesagt, Fantoken. Das Ganze wird noch viel größer, das mit Chili's war nur der Anfang und rund um die Chili's Blockchain wird es noch viele, viele Fantoken auf Sozius und wo auch immer wird es die geben. Und viele sagten, der nächste Schritt davon wird Social Tokens, vielleicht ein Token über einen YouTube-Kanal oder sowas, das wird der nächste Schritt sein, dass die YouTuber sich nochmal die Taschen voll machen, bevor sie dann sagen, so, ich habe genug auf Wiedersehen oder halt ein eigenes Krypto-Projekt starten. Das ist so das, was die meisten gesagt haben. Ich bleibe aber bei der Meinung, bevor wir Social Token sehen, wo ich den Nutzen sehr gering einstufe, finde ich diese Fantoken immer noch eine feine Sache. Und dann gab es rund um die Chili's Blockchain in der türkischen Community ein Gespräch und da wurde in der deutschen Community, wurde hier auch ein schöner Text zusammengefasst. Wer sich das anschauen will, das ist eine inoffizielle, ganz wichtig, das muss man erwähnen, chilis.de-Telegram-Community. Den Telegram-Link packe ich euch mal unten in die Beschreibung. Jeder, der nämlich Interesse an Chili's hat, der sollte im Deutschsprache gegen Raum, gilt natürlich für die DACH-Region, auf jeden Fall Teil dieser Community sein, so finde ich das. Und da gibt es, das sind dann angepinnten Messages, wenn ihr da reinkommt, einfach mal, ich glaube die zweite ist es schon mittlerweile, dass ihr da einfach die Zusammenfassung dieses Community-Treffens, beziehungsweise dieser Aussprache, dass ihr das mal seht, weil es war sehr, sehr interessant und dieser Text ist zwar lang, aber sehr ausführlich für alle, die das interessiert. Das ist aber auch eine Top-Nachricht, wie ich finde, mit Lionel Messi, weil wir sehen ganz klar, Socius hat sich natürlich, wenn wir das mal sehen, mit den ganzen Fan-Token zusammen mit der Chili's-Blockchain extrem ausgebaut. Also ich mache ja nicht mehr so viele Chili's-Videos, weil da kann man ja auch wirklich einen eigenen YouTube-Kanal mittlerweile machen, da kommt ja jede Woche was Neues. Schauen wir einfach mal hier auf socius.com, aufs Roster und dann sehen wir ganz klar, was es mittlerweile Partners gibt. Schaut euch das an, 120 Partner plus, 25 Länder und drei Kontinente mittlerweile. Dann sehen wir ganz klar, Fußball haben sie wahnsinnig ausgebaut. Schaut euch das an, das ist echt krass. Und mittlerweile ja auch Nationalmannschaften mit Argentinien und noch anderen. Da ist echt Wahnsinn, was hier dabei ist. Und mittlerweile auch die Europa League, die Europa Conference League und die Champions League mit eigenen Token dabei. Und auch mittlerweile die italienische Nationalmannschaft dabei. Und die haben ja dieses Jahr, sage ich mal, im Winter etwas Pause, können sich entspannt zurücklehnen und die WM verfolgen, aber müssen sich natürlich auch vorbereiten auf die Verteidigung der Europameisterschaft. Und dann gibt es natürlich auch viele weitere Sportarten. Gaming ist für mich eigentlich nur eine Frage der Zeit, dass hier mehr Gaming dazu kommt. Wir sehen hier auch verschiedene Teams, die hier dabei sind. Gaming, ganz klar, großes Thema. Ich glaube, das wird auch noch ein sehr großes Feld, was hier kommen wird. Es gibt ja viele große Gaming-Clans. Dann, Fighting ist nicht mehr geworden, aber diese zwei Ligen sind schon mal ganz in Ordnung. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sowas dazukommt wie Wrestling, also WWE und so weiter. Weil letztendlich, sagen wir mal speziell auf die WWE, ich glaube, die McMans, die haben so viel Geld, die brauchen nicht noch mehr und hier daran teilzunehmen und daran auch noch mehr zu verdienen. Das glaube ich nämlich nicht. Und andere Wrestling-Sportler, ich glaube nicht, dass das was für ein Fan-Token ist. Kann mir aber vorstellen, dass es sehr groß werden könnte. Motorsport, ganz klar, da gibt es natürlich auch noch Potenzial nach oben. Aber mit den dreien haben sie erstmal gute, wie ich finde, hier gerade die zwei recht gute, ja, die dabei sind, muss man ganz ehrlich sagen. Basketball, da ist ja wirklich viel dazu gekommen. Echt Wahnsinn, also da hat ja der Erste angefangen und dann ging es Schlag auf Schlag. Ganz viele, auch hier große Namen, Chicago Bulls und so weiter. Ist aber nicht meine Sportart, wahrscheinlich ist hier noch jemand Größeres mittlerweile dabei. Da hat sich, glaube ich, viel getan in den letzten Jahren. Da kenne ich mich nicht persönlich so gut aus, deswegen kann ich da nicht so viel zu sagen. Tennis, ja, finde ich ganz gut. Und zwar hier der Davis Cup und mit einem Sponsor Rakuten auch noch ganz gut, finde ich. Weil Rakuten ja auch im Sportbereich viele Sponsorings hat, deswegen das ist eine gute Sache. Aber auch interessant, hier könnten natürlich auch noch, das wäre nämlich was, weil letztendlich es gibt ja so keinen Club in dem Sinne, es sind ja alles einzelne Tennisspieler. Deswegen über diese Sache, dass man sagt, wir haben einen Cup, den wir hier haben und da kann man vielleicht mit dem Token spezahlen. Das war eine gute Sache und finde ich auch persönlich nicht schlecht. Und dann von diesem speziellen Cup, wenn dann einer einen Tennisschläger zerschlägt, dann halt da auch ein NFT draus zu machen, glaube ich, eine coole Sache. Dann sehen wir American Football mit den New England Patriots. Ist es natürlich erstmal nur ein Club bis jetzt, aber ich kann mir vorstellen, dass das auch ein Bereich ist, der noch groß ausgebaut wird. Dieser Club, der testet das letztendlich und alle anderen werden bestimmt darauf schauen, was da genau passiert. Dann sehen wir Eishockey, der ist ja auch recht schnell und gut gewachsen. Im Vergleich zu Basketball jetzt nicht so groß, aber finde ich auch eine feine Sache. Eishockey ja im Großen und Ganzen eine feine Sache und auch eine große Sache, auch allgemein auf der Welt gesehen. Nicht nur in Amerika, da fällt mir direkt Russland ein, aber auch hier in Europa ja Eishockey immer beliebter. Deswegen auch eine feine Sache. Dann gehen wir jetzt ja auf den 31.03. zu. Der März endet ja und Ende März sind wir dann auch an dem Punkt, dass sich dieses Bild hier vervollständigt. Wir sehen im Moment, jeden Tag kommt hier ein Strich dazu, die letzten Tage. Jetzt wird hier noch das X gemacht die nächsten zwei Tage und dann ist hier das Thema, das Logo endlich mal wieder vollständig. Und was heißt das eigentlich? Dann geht nämlich das Testnet für die Chili's Chain 2.0 geht dann los. Und ja, nicht nur für die 2.0 dieses Jahr startet, sondern auch die Chili's Chain, aber erstmal das Testnet. Und das könnte auch sehr interessant sein und auch spannend rund um die Blockchain, neue Fan-Tokens, bessere Skalierung und viele weitere Sachen. Alles aber erstmal im Testnet. Da darf man gespannt sein, wie lange das braucht. Und ganz klar, nach diesen ganzen Ankündigungen ist natürlich auch klar, dass die Chili's X-Chain dann auch hier immer bekannter wird. Gerade jetzt sehen wir, ja, ein bisschen Abfall und so weiter. Ein paar Verkäufe hier, keine Frage. Aber wir sehen hier bei den Biggest Gainers ist natürlich Chili's dabei, die nach dieser Ankündigung extrem gestiegen sind. Und hier auch neue Listings mit dabei. Die hier, oder ich glaube, da war eine Ankündigung, irgendwas. Ich bin nicht so auf dem Laufenden bei jedem einzelnen Fan-Token. Ich glaube, wer das macht, der, glaube ich, verfolgt wenig andere Projekte, wenn man hier alle Fan-Tokens speziell verfolgt. Auf jeden Fall sehen wir hier ganz klar, dass Chili's sich immer weiter ausbaut und Chili's wirklich, ja, seinen Platz gefunden hat, würde ich sagen. Viele haben ja am Anfang das ganze Projekt belächelt. Und mittlerweile, ja, wir sind auch hier im asiatischen Raum, gibt es viele Übersetzungsmöglichkeiten, warum noch nicht hier auf Spanisch und so weiter. Türkisch, auch eine große Community, warum noch nicht die Übersetzungsmöglichkeiten? Da muss es noch gearbeitet werden, ich glaube, das ist klar. Chili's ist auch auf unserem Exchange-Partner, der Maxi Global, verfügbar. Und auch hier sehen wir diesen Ausschlag extrem gut, wenn wir hier auf dem 30-Minuten-Chart sehen. Also, wir sehen Chili's, da passiert einiges. Und natürlich, diese Ankündigung mit Lionel Messi, seien wir ganz ehrlich, keine Frage. Ein großes Ding für die Chili's-Blockchain und natürlich Sucius.com. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass wir noch sehr viel rund um diese Fan-Token erleben werden und noch hören werden. Die augigste Nachricht eigentlich aus diesem Meeting der türkischen Community war leider, dass die deutsche Regulatorik, also in Deutschland wird das schwierig, das habe ich aber auch immer wieder in den Videos gesagt, ich kann mir das nicht vorstellen, dass wir einfach hier in Deutschland, egal ob es Fußball, Eishockey, Basketball, wo auch immer ist, oder vielleicht doch ein Tennisspieler, der einfach sagt, komm, wir machen einen Token, oder halt der Club sagt, ich mache einen Token, einen Fan-Token, da habe ich immer gesagt, das wird ein ganz schwieriges Unterfangen. Und deswegen wird das leider erst mal sehr schwierig werden. Wie gesagt, der Hinweis nochmal, schaut auf die deutsche inoffizielle Telegram-Gruppe für Chili.de, natürlich auch der Dachraum, also deutsche Sprache ist da gemeint. Da die Zusammenfassung, die kann man sich gut durchlesen und da kriegt man viele neue Infos, zum Beispiel das Thema Mainnet, nachdem das Testnet da ist, klar, erst mal Testnet laufen lassen und wir brauchen noch nicht von Mainnet reden, ganz klar, keine Frage. Und auch noch sehr wichtig, am 31. Juli 2023, ist noch ein bisschen hin, werden da noch alle Chili's Token, also alle CHZ-Token im Umlauf sein. Das waren so die wichtigsten Sachen und sonst gibt es noch viel, viel mehr, das muss man sagen, deswegen schaut da rein. Dann gab es unter dem Chili's Post so zwei Sachen, da möchte ich gerne Stellung zu nehmen, weil ich glaube, ja man redet dieses Global Brand Ambassador Lidl & Messi jetzt auch ein bisschen schlecht, also natürlich gibt es da Kritik, keine Frage, gibt es immer. Und diese Kritik, die wurde dann begründet, das ist auch direkt hier der erste Tweet, weil er ein paar Likes auch hat, glaube ich, im Vergleich zu den anderen hat er ein paar Likes, ja. Und zwar, hier ist ja Lidl & Messi zu PSG gejoint. PSG, wer sich erinnert, das Listing war ja Wahnsinn, es ging nach oben, keine Frage, und danach ging es einfach so bergab. Ich meine, bei PSG hat sich auch viel getan, keine Frage, und da wirkt sich jetzt auch viel tun, spielertechnisch und so weiter. Bin aber mittlerweile nicht mehr so ein Fußballthema, also das ist nur das, was ich so ausschnappe und immer mal wieder lese. Auf jeden Fall hört man viele Abgänge, viel Veränderungen, und deswegen ist das natürlich auch so ein Fall, dass der Token runtergeht. Und im Allgemeinen, und genau das ist auch das, was im nächsten Post hier drunter ist, da geht mir dann nämlich auf Chilis ein, dass Chilis ja hier abgefallen ist. Nachdem es ja damals so krass hochging, ich hatte mal ein Video dazu gemacht, was ja Wahnsinn war, da hat mir irgendjemand hier gesagt in dem Bereich, steck da mal Chilis rein, und ich habe gesagt, ah Quatsch, komm, das ist zwar keine schlechte Sache, aber ich ballere doch da jetzt keine Tausende von Euros rein. Und dann wurde genau diese Person, die muss auch mittlerweile nicht mehr arbeiten, mehrfacher Millionär, muss dazu sagen, er hat auch schon lange vorher in Chilis investiert, deswegen, er hatte da einiges liegen. Auf jeden Fall sehen wir auch diesen Abfall hier ganz klar, aber da brauchen wir nicht drüber reden, das ist PSG nach dem Listing, der Abfall, aber auch der allgemeine Markt, hallo, seien wir mal ganz ehrlich, der ging doch jetzt nach unten, das wissen wir doch alle, nach diesem Ausbruch im Dezember, wo sich auch PSG-Token nochmal gefangen hat, wo ja auch nochmal zwischendrin das Thema Binance und so weiter, ich glaube, das war hier, alles mit dabei war, keine Frage, aber dann ging es hier auch nochmal kurz nach oben, und dann kam auch wieder dieser Abfall, der ja alle Kryptowährungen betrifft, also jetzt nur hier einen raussuchen, den Chart zu zeigen und zu sagen, guck mal, da geht eh nichts mehr, ist kaputt, ist tot, das ist ja auch Schwachsinn. Da mal auf den ganzen Markt schauen und dann sieht man direkt das gleiche Bild bei allen Projekten. Dass natürlich jetzt nicht direkt der krasse Aufschwung bei den Fan-Tokens kommt, obwohl der Kryptomarkt kommt, ist natürlich klar, weil sie natürlich eine ganz eigene Kategorie mit sich bringen und jetzt nicht letztendlich nur, dass man sagen kann, hey, wenn Bitcoin steigt, müssen auch die Fan-Tokens nach oben gehen. Das ist ja meiner Meinung nach totaler Blödsinn, wie gesagt, eine eigene Kategorie. Dann könnte man noch hingehen und sagen, wenn die eine Metaverse jetzt voll die neuen geilen News bringt, dann müssen natürlich alle Metaverse-Token nach oben schießen. Das wäre genau das Gleiche. Letztendlich ist es immer projektabhängig. Und natürlich, wenn Bitcoin den Kryptomarkt nach oben treibt und hier jetzt Chilis, die das Thema Fan-Token und allgemein die Blockchain nach oben hebt, könnte das natürlich auch in Richtung Fan-Token sein. Aber letztendlich ist immer jeder Fan-Token auch geknüpft an seinen Verein, an gewisse Spieler, an Aktionen im Verein, an Aktionen im Stadion. Und das wirst du auch immer wieder sehen, wenn sich jemand ärgert im Stadion, weil sie halt heute mal 5-0 verloren hat. Und bei diesen Leuten, die sich ärgern, sind halt 10 Leute, die Tausende von Tokens besitzen, die dann aus Trotz da sitzen und sagen, ich verkaufe alles. Dann sitzt man halt da und es ist natürlich logisch, dass der Kurs nach unten geht, oder? Seien wir ehrlich. Deswegen, man kann diese Fan-Tokens nicht allgemein im Kryptomarkt mit reinbeziehen. Deswegen sind solche Kommentare meiner Meinung nach totaler Blödsinn. Ganz ehrlich, wenn der Kryptomarkt absinkt und allgemein das Thema Fan-Tokens ja, vielleicht auch nicht so krass ankommt, klar, erstmal der Hype, keine Frage. Und dann auch noch der Verein selber ein bisschen Misswirtschaft betreibt, Spieler gehen weg, Ergebnisse stimmen nicht mehr und so weiter. Dann ist doch vollkommen logisch, dass der Token hier auch ein bisschen darunter leidet. Keine Frage, ich habe ja gerade ein Beispiel gemacht. Und Chilis, wie gesagt, Chilis hat was mit dem allgemeinen Kryptomarkt zu tun, weil sie ja letztendlich auch eine Blockchain sind. Und da wissen wir ja selber, dass es nach dem Dezember auch hier nach unten ging. Keine Frage, ich glaube, da sind wir uns alle schnell einig. Das war das Wort zum Dienstag am Heute. Und ja, das musste ich loswerden, weil ich fand diesen Kommentar so unangebracht und so unüberlegt, dass man das einfach mal dazu sagen muss. Auf jeden Fall, erinnert euch, deutsche inoffizielle Telegram-Gruppe ist auf jeden Fall ein Join-in wert, weil man kriegt da eigentlich immer die Infos mit. Und ja, ich glaube, jetzt ist es auch bekannt, ich lese da mal zwischendurch heimlich mit. Auf jeden Fall ist das eine feine Sache und ich glaube, rund um Chilis wird noch viel passieren und auch im Jahr 2022 werden viele neue Vereine, Sportarten vielleicht, mit dazukommen. Auf jeden Fall ist das immer wieder ein kleiner Blick. Und ihr merkt, ich habe es ja so im Augenwinkel immer ein bisschen auf dem Schirm. Ist das auf jeden Fall einen Blick wert. In diesem Sinne, ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.